Hallo Leute, hallo YouTube, diesmal geht es darum, diese neun Punkte mit nur vier Strichen miteinander zu verbinden, ohne einmal abzusetzen. Hier ist die Lösung. Was ist jetzt passiert? Die meisten Menschen machen den Fehler und versuchen innerhalb des Quadrates, also innerhalb der neun Punkte, die vier Linien zu ziehen. Und das ist genau der Denkfehler. Die meisten Menschen sehen Grenzen, wo keine sind. Und genau das ist auch dieser Test aus der Psychologie, um festzustellen, ob ein Mensch selber Grenzen sieht, wo keine sind, oder ob er erkennt, dass da keine Grenzen sind. Also jetzt wisst ihr die Antwort. Dann wünsche ich allen einen schönen Tag noch.